Mein Name ist MC René und das ist meine neue BahnCard 100, aber es handelt sich hierbei um die US-BahnCard 100. 4 GB Stick, da ist mein gesamtes Buch alles auf eine Karte, wir sehen uns im Zug drauf, eingelesen, plus 6 exklusive neue MC René Tracks hier auf der Karte. Mit der Karte kannst du nicht nur umsonst Bahn fahren, Taxi fahren, Lufthansa, einkaufen, alles. US-BahnCard 100, mein Name ist MC René und mein Leben ist ein Freestyle.